Hi Mädels, dies wird wahrscheinlich nur ein relativ kurzes Video. Ich habe nämlich in letzter Zeit einige Fragen gekriegt, die ich immer mal wieder gestellt kriege. Und zwar, was studierst du überhaupt? Keine Ahnung, andere Sachen halt noch. Was machst du für Sport? Ich denke, es wird mal Zeit für ein Frage-Antwort-Video. Sowas in der Art habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht und ist für einige mit Sicherheit interessant. Zumal ich immer mal wieder gehört habe, Otto, erzählst du wenig von dir. Die anderen erzählen immer so viel. Okay, dann wollen wir das mal ein bisschen ändern. Es ist zwar nicht so meine ganze Art, alles offen zu legen und ich denke, das werde ich diesmal auch nicht machen. Also ich werde auf jeden Fall selektieren, was die Fragen angeht. Aber ihr könnt gerne erstmal alles stellen, was ihr fragen möchtet und ich werde dann mal gucken, inwieweit ich das verpacken kann. Ja, also Fragen bitte immer her damit. Da können wir dann so ein Austausch-Video irgendwie draus machen, wenn euch das überhaupt interessiert. Ansonsten hat sich das erledigt. Dann als nächstes, ich schreibe ab jetzt quasi meine Bachelorarbeit. Ich bin jetzt im sechsten Semester. Und ja, die Schreibzeit sind zwei Monate. Da ich immer sowieso ein wenig Probleme mit Hausarbeiten habe, mir das etwas schwer fällt oder schwerer fällt als anderen vielleicht, werde ich da wohl viel Zeit investieren müssen, sodass wahrscheinlich das Videomachen ein wenig kürzer kommt als sonst. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich kriege das zeitlich irgendwie unter, aber es kann halt sein, dass es ein bisschen weniger wird. Wir werden es sehen. Ja, außerdem, wie gesagt, sechstes Semester. Danach geht es weiter in den Master. Hoffe ich zumindest. So ist es geplant. Also die Planung steht soweit. Ich muss vorher noch drei Monate ins Ausland, englischsprachiges Ausland. Im Moment ist Australien geplant. Es steht alles noch nicht. Also es ist alles noch sehr in der Schwebe und ich hoffe aber, dass das funktioniert. Australien reizt mich im Moment wirklich sehr. Ich wollte vorher in die USA. Aber da das alles ein bisschen komplizierter geworden wäre, habe ich mich dann kurzfristig umentschieden. Die Planung ist alles relativ kurzfristig gelaufen. Aber ja, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das funktioniert. Und das heißt, ich werde dann von Ende Juli bis Ende Oktober circa im Ausland sein. Werden wir mal sehen, was wir da für Videos machen. Oder ich. Außerdem plane ich, eine neue Kamera zu kaufen. Im Moment steht die Entscheidung zwischen der Canon 600D und der Nikon D5100. Wenn da jemand Erfahrung hat, ich weiß ganz, ganz viele haben die 600D, dann schreibt mir das gerne auch unten rein. Und Video-Wünsche. So, wenn ihr Tags habt, die ihr sehen wollt, wenn ihr spezielle Tutorials oder so sehen wollt, wobei ich nicht weiß, ob ich da Zeit für habe. Andere Videos sehen wollt, dann schreibt mir das gerne auch unten rein. Wäre mir eine große Hilfe, dann kann ich da vielleicht ein bisschen besser das durchplanen, da ich wirklich planen muss wahrscheinlich mal in der nächsten Zeit. Das war es dann auch schon. Ich freue mich auf eure Wünsche, Empfehlungen, Tipps etc. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.